Bildvermessung, Linien und Winkel Mithilfe der Funktion Vermessen einer Distanz kann die Länge einer Strecke gemessen werden. Die Funktion wird aktiviert und die Schaltfläche gelb hinterlegt. Der Mauszeiger erhält ein Distanzsymbol, sobald Sie die Maus auf das Bild bewegen. Das ausgewählte Vermessungswerkzeug wird so lange unter dem Mauszeiger angezeigt bis die Messung abgeschlossen ist. Klicken Sie nun mit der linken Maustaste an die Startposition der Messung. Der Wert 0,00 mm wird angezeigt. Führen Sie nun den Mauszeiger an den Endpunkt. Mit einem weiteren Klick wird die Messung abgeschlossen. Wenn Sie nach Abschluss der Messung den Mauszeiger auf der Linie platzieren, werden Start- und Endpunkt sowie die Mitte der Linie mit einem Kästchen markiert und können verschoben werden. Mit Hilfe der Kästchen an der Linie können Sie die Punkte per Drag & Drop verändern oder neu positionieren. Mit dem Werkzeug 3-Punkt-Winkel können Sie Winkel bestimmen. Wählen Sie die Funktion aus. Unter Mauszeiger wird der 3-Punkt-Winkel angezeigt. Klicken Sie mit der linken Maustaste an den Anfangspunkt des ersten Schenkels und bestimmen Sie mit einem weiteren Klick den Endpunkt des ersten Schenkels. Dieser Endpunkt dient gleichzeitig als Anfangspunkt für den zweiten Schenkel. Klicken Sie an den Endpunkt des zweiten Schenkels, um den Endpunkt des Schenkels zu definieren. Der Winkel wird zwischen beiden Linien angezeigt. Mit der nächsten Funktion können Sie einen Winkel zwischen zwei Linien messen, damit setzen Sie zwei Distanzen in Beziehung zueinander. Wählen Sie also die zweite Winkelfunktion aus. Positionieren Sie die Maus auf die erste Distanzlinie, die als Basis dienen soll. Die Linie wird weiß angezeigt. Um die Winkelmessung zu starten, klicken Sie mit der linken Maustaste auf die ausgewählte Distanzlinie. Klicken Sie anschließend auf die Linie, die mit der ersten in Beziehung gesetzt werden soll. Die Messung wird durchgeführt und der Winkel wird angezeigt. Werden die Positionen der Linien verschoben oder die Linie verändert, wird der Winkel automatisch korrigiert. Punkt 2. Mönkel